Hier oben ist ein Preisschild an der Mütze, beziehungsweise nicht mal ein Preisschild, sondern nur ein kleiner Umhänger. Und ihr wisst, was das bedeutet. Dritter, fünfter Waffelmerch. Genau, wo dazu Infos folgen, aber dann noch genau so wie der Link. Mützen gibt es dann wieder und noch das, was ihr schon auf Instagram gesehen habt. Könnt ihr immer vorbeischauen, falls ihr das noch nicht geguckt habt. Und natürlich noch zwei andere Artikel, die werde ich euch auch noch vorstellen über die Social-Media-Plattformen, die unten in der Beschreibung verlinkt sind. Sie sind Twitter und eigentlich nur Instagram. Vielleicht auch was auf Snapchat. Wer weiß, mal vorbeigucken. So, aber mal zum Thema. Heute gibt es eine Animation und eine Animation von einer Animateurin, die ich auch in Wien getroffen habe vor ein paar Tagen. Sehr, sehr nett. Der Liebensherdy. Und da geht es heute wieder richtig zur Sache mit dem besten Lifehacks ever. So, jetzt bevor das Video anfängt. Sure, Animation, mega geil. Lifehacks war Abo-Box-Bug. So auf Nordtrip. Deswegen kennen das vielleicht ein paar von euch gar nicht. Aber easy und nicht. Easy und nicht. Stizzy Lifehacks. Worldwide. Best Video ever. Und ich frage euch. Und ich frage euch. How are the clicks? The clicks are booming. Macht man nicht mehr so. Ist auf jeden Fall cool. 70.000 Likes, wisst ihr ja. Und nächste Animation kommt auch bald. Und dann erfahrt ihr näheres zum Merch. Jetzt erstmal viel Spaß bei der City-Animation. Wir sind das beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Oh, 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 oh. It's so good. It's... Ah. Komisch wie immer, ne? Hat übrigens hier einen Fleck. Ich weiß nicht, ob man den gerade gesehen hat. Ich sag's lieber jetzt, als... ...dass dann sich wieder jemand wundert. Und... Hey. 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 And a welcome. Willkommen bei unseren Lifehacks. Der erste Lifehack auf einem Roadtrip ist ganz klar, gute Laune immer, ne? Boah, gute Laune. Nein, 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 nein. Tipp 2 Wenn Blitzer kommen, immer coole Posen einnehmen Das ist cool, ne? Tipp 3 Bewunderung für die Natur äußern Boah Ne? Boah, geil Das waren unsere Stisi-Lifehacks Abonniert unseren Kanal für mehr Schaut bei Emra vorbei für echte Tipps